Hallo und herzlich willkommen zu einem Vorher-Nachher-Vergleich. Ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt mal den Hexen-Doktor vor. Da wurde nämlich einmal das Arachie-Set und einmal das Hölzern-Set gebufft. Im aktuellen Patch, also 2.6.9, ist der 6er-Set-Bonus bei 9000% und im kommenden Patch, also 2.6.10, wird der Schaden auf 17.500% gebufft. Ist erstmal eine Hausnummer und wir schauen uns jetzt mal an, wie das bei derselben Greater Höhe im Vorher-Nachher-Vergleich aussieht. Zur kurzen Übersicht blende ich mal eben die Fähigkeiten ein, mit denen ich jetzt hier loslaufe. Wenn ihr wollt, könnt ihr das so nachbauen oder ihr denkt euch da was eigenes aus. Ich habe jedenfalls Lust, das so zu spielen und damit laufe ich jetzt los. ein lustiger und das so zu spielen. Ich habe das so zu spielen. Ich habe das so zu spielen und Final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free The light that sets me free And the light that sets me free Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, zum Fazit Ja, man merkt es, dass man fast doppelt so viel Schaden macht Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen Vielen Dank fürs Reinschauen Ich wünsche euch einen schönen Abend Schönen Tag, was auch immer Und würde sagen, ciao und bis dahin